Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Wie ihr wahrscheinlich schon die Medien-App genommen habt, wurde heute vom Bundesverwaltungsgericht darüber entschieden, was mit den Kükenschreddern passiert oder ob es da eine Änderung geben wird. Und es gab da eine Entscheidung und zwar, dass es übergangsweise weiterhin erlaubt sein wird, dass Küken geschreddert werden. Ja, wir wollten einfach mal drauf gucken und sehen, was sind die Pro-Argumente, die Kontra-Argumente, was sind die unterschiedlichen Seiten. Und ja, starten wir einfach mal direkt rein und kümmern uns mal um das Kükenschreddern. Also warum werden Küken überhaupt geschreddert? Das heißt, in der Massentierhaltung, wo man eigentlich nur darauf ausgeht, dass man Legehennen züchtet bzw. Hühner züchtet, die dann Fleisch anbauen, sind einfach männliche Küken ein unerwünschtes Nebenprodukt. Sie sind deswegen ein unerwünschtes Nebenprodukt, weil man sie erstmal nicht gut mästen kann. Das heißt, Hähne brauchen viel mehr Futter als Hühner. Und zweitens legen sie natürlich auch keine Eier. Das heißt, der Nutzenfaktor und der Kostenfaktor stehen in der Wirtschaftlichkeit einfach nicht gegenüber. Und deswegen setzt man auf das sogenannte Schreddern. Das passiert dann relativ früh. Das heißt, entweder werden diese männlichen Küken dann vergast oder geschreddert. Das heißt, dann entweder mit Kohlendioxid erstickt. Das Ganze ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, nicht ganz unqualvoll und auch nicht ganz unumstritten. Ich denke, viele Tierschützer haben auch schon sehr, sehr oft darauf hingewiesen, was die negativen Folgen sind und was diese Tiere dann da natürlich durchleben müssen. Jetzt ist der Aufschrei natürlich groß. Ich finde es auf jeden Fall krass, dass man so entschieden hat. Ich bin natürlich eher auf der Seite, Küken sollten nicht geschreddert werden. Ich finde natürlich diese mediale Aufbauschung auch krass einerseits, weil sich um dieses Thema so stark gekümmert wird. Also ich meine, viele Verbraucher beschweren sich und sind auch völlig aus der Fassung und ich glaube denen das auch, dass die Empathie mit diesen Küken empfinden, essen aber weiterhin das Billigfleisch von Aldi. Und das macht jeder und da nehmen die Leute keine Rücksicht. Da ist dann immer Geiz ist geil und es muss immer günstiger sein und hier ist das Fleisch noch ein bisschen günstiger als da. Und es wird ja gar nicht mehr drauf geguckt, was passiert mit dem Produkt und was ist mir auch ein Produkt wert. Das heißt, da ein gewisses Bewusstsein für zu schaffen, wie viel ist es mir auch wert, mein Fleisch? Also wie viel ist es mir wert, dass es vorher gut gelebt hat? Also natürlich kann ich ja noch entweder gucken, esse ich Fleisch oder nicht, aber darüber wollen wir nicht reden, sondern es geht jetzt darum, wenn ich bewusst Fleisch esse, muss ich auch bewusst gucken, wie wird mit dem Tier umgegangen. Und wenn ich dann sagen will, ich will aber nur 1,99 für meine Hähnchenbrust ausgeben, dann muss ich das natürlich auf Gründen der Wirtschaftlichkeit, die diese großen Unternehmen dann natürlich bringen müssen, um so billiges Fleisch herzustellen. Allein, ich meine, Lagerung und Transportkosten sind ja auch mit da drin und Verpackung, also wie viel soll dann da noch übrig bleiben? Und ich möchte nicht die ganze Verantwortung dem Verbraucher dann nur entgegenwirken, aber ich möchte natürlich auch, dass man da ein gewisses Bewusstsein schafft. Trotzdem ist es krass, dass ein Gericht so entscheidet. Ich denke, viele Politikerstimmen gingen auch in die Richtung, man möchte das auf jeden Fall mit der Sicht in der Zukunft auf jeden Fall beenden, das Kükenschreddern. Ich denke, es gibt auch noch viele andere Themen, die mit Tieren nah zusammenhängen, die man einfach bereden muss. Und deswegen finde ich es einerseits gut, dass man darüber redet. Ich finde es immer gut, wenn man darüber redet, dass man da an vielen Stellen Verbesserungen vorbringen will. Aber ich finde es immer wieder krass, dass man sich auf so kleine Dinge dann fokussiert und der Verbraucher dann auch sehr oft vieles den großen Unternehmen vorwirft, aber selber das Ganze ja mitmacht, indem sie das kaufen. Natürlich, vielleicht hat nicht jeder die Möglichkeit, beim Metzger das zu kaufen, aber dann kaufe ich vielleicht etwas seltener und dann weiß ich, wo es herkommt. Und der preisliche Unterschied ist ja auch nicht so, dass dann ein Stück Fleisch 20 Euro kostet oder so. Klar, man muss sich das leisten können und da gibt es auch unterschiedliche Einkünfte, die man dann da berechnen muss. Aber trotzdem, dass glaube ich, man das Bewusstsein weckt, wie viel ist es mir wert, ein Stück Fleisch zu essen und sich auch mal Gedanken darüber zu machen, dass 1,99 für ein Stück Fleisch gar kein realistischer Preis sind, wenn ich ein Tier gut halten will. Also dieses Bewusstsein zu schaffen, jeder für sich, das wäre schon ganz wichtig. So, schreibt einfach mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr zum Kükenschreddern meint, was ihr insgesamt zur Fleischindustrie meint, was ihr zum Bundesverwaltungsgericht sagt über die Entscheidung. Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao. Schreibt es einfach mal in die Kommentare.